Ich habe noch nicht genügend Abonnenten, um ein Kommentare-Kommentier-Video zu machen, deshalb kommentiere ich nun Kommentare, die von großen YouTubern kommentiert wurden. Den Anfang macht Andi Sioda, der hat so ein Building-Tipps-Video für Minecraft rausgehauen mit 4,7 Millionen Views und ich habe einfach geschrieben Very Nice und er hat sich bedankt. Fabian Siegesmund hat ein Video rausgehauen, das er Studio 71 verlässt, bei dem hat er gearbeitet, das ist so ein Netzwerk. Dann habe ich ihn gefragt, Fabian, bei deinen durchschnittlichen Klicks in letzter Zeit, so 20.000, reicht das überhaupt, um eine Familie durchzufüttern? Ich habe nichts gegen den Schritt, aber kannst du dir das überhaupt leisten? Darauf hat er dann geantwortet mit, haha, mit YouTube? Niemals, mit Consulting und Creation, hoffentlich, worauf ich ihm dann halt noch gut Glück gewünscht habe. Die Champagions, das ist so der geistige Nachfolger zu Pong, da hat Mediakraft mal wieder versucht, mit ein paar YouTubern einen starken Kanal aufzubauen, hat überhaupt nicht funktioniert, die haben einen richtigen Rotz rausgehauen, am Anfang ging es noch, dann wurde es aber schrecklich. Habe ich ihm geschrieben, okay, irgendwann muss es so ein D-Abo, worauf dann irgend so ein Netzwerkmitarbeiter, der da in Köln sitzt und so tut, als wäre einer von denen, mir geantwortet hat, aber danke, dass du wenigstens vorbeigeschaut hast. Mittlerweile gibt es übrigens den Kanal schon gar nicht mehr. Kohli, oder vor einiger Zeit noch bekannt als 4VP, der macht sehr gute Minecraft-Tutorials, und der hat ein Tutorial rausgehauen, so eine Erweiterung, also nochmal dasselbe Tutorial mit ein bisschen mehr Zeugs dran, und dann habe ich gefragt, war das alte Tutorial nicht gut genug, und er hat geschrieben, ja, das Update war wichtig. Das ist jetzt kein Kommentar, aber das Atlas, ein Meinungsblogger, den ich auch sehr gerne schaue, ganz chillig könnt ihr euch auch mal anschauen, der hat mich abonniert. Die Datteltäter, die haben einen Webvideopreis gewonnen für Newcomer, das sind so Muslime, die machen halt satirische Videos über Muslim-Klischees, und die haben halt ein Video gemacht, da fährt der eine auf so einem schwebenden Teppich, wo so ein E-Longboard drunter ist, dass er auch damit fahren kann, und dann halt die Reactions, wie die Leute ihn dumm anstarren. War recht nett geschnitten, dann habe ich geschrieben, wenn es nicht abgeschaut wäre, weil das gibt es im amerikanischsprachigen Bereich, gab es das schon, das habe ich schon gesehen. Äh, wäre das richtig Killer, aber schöner Schnitt. Sie haben geantwortet, vielen Dank. In der letzten Folge von Das Netzwerk, das war so eine YouTube-Serie, könnt ihr euch mal anschauen, war ganz nett, äh, unter anderem war da auch der Siegesmund beteiligt. Ähm, da hat, ähm, der Siegesmund als, ähm, Schauspieler dann gesagt, meine Frau hat gekocht, und ich hab mich dann gefragt, Bina oder die Improfrau, das verstehen jetzt nur alle Leute, die, äh, das Netzwerk geschaut haben, und der Changeman, welcher da als, ähm, Autor beteiligt war, hat mir geantwortet, was sagt Ilja, als er Fabian das Telefon reicht, ist dran. Ja, okay, ähm, geile Antwort, ich hab's jetzt nicht so ganz verstanden. Aber der Changeman hat mir geantwortet, der hat mir auch unter seinen Videos schon des Öfteren geantwortet. Dirty White Paint, bekannt von Titeln wie Ich bin eine Biene oder Ich heiße Marvin, äh, den kennt wahrscheinlich so ziemlich jeder von euch, ähm, Da hab ich kommentiert unter deinem Video, kannst du mehr Videos machen, bitte? Das Bitte hab ich noch angefügt, weil ich halt weiß, dass es viel Arbeit ist. Dann hat der Bananenbube mir geantwortet, mehr? Kannst du eine Animation innerhalb von zwei Wochen erstellen? Hab mal Respekt und verlange nicht mehr, du verwöhnter Sack. Admiral Dolphin kommentierte dies mit, schließe mich deinem Kommentar ergänzungslos an. FlauschidasNachtHara, kommentar mit, komm auch erstmal auf den Content, alter, xd. Lord Hugo schreibt dazu, weißt du eigentlich, wie lange es dauert, so eine Animation zu machen? Und eben, weil ich weiß, wie lange das dauert, antworte ich ihm darauf mit, ja. Und nun kommt Dirty White Paint und schreibt an mich, Ja, die anderen haben schon recht. Außerdem hab ich ja auch noch nen Hauptjob und mach das nur nebenbei. Ein Cartoon dauert daher einfach verdammt lange. Worauf sich FlauschidasNachtHara dann total freut und schreibt, der große Meister an Dirty White Paint. Unter einer Stream-Ankündigung von Wohlstandsmüll, der hatte da irgend so ein System wie, ähm, Veni, wenn du so und so viel spendest, dann mach ich so und so viel, äh, länger den Stream. Hab ich dann geschrieben, da hat wohl einer zu viel Veni geschaut. Woraufhin, äh, Wohlstandsmüll, der ein Freund von KuchenTV ist. KuchenTV kennt wahrscheinlich jeder von euch mindestens seit dem Beef, den schau ich schon seit einigen Jahren. Also Wohlstandsmüll schreibt dann, wer ist Veni? Worauf ich ihm dann schreibe, VeniCraft, der hat einen 24-Stunden-Stream gemacht und der hatte das Spendenprinzip auch. Nur bei ihm war es auf neue Abos. Woraufhin dann KuchenTV schreibt, macht zum Glück nicht jeder. Womit er scheinbar andeuten sollte, dass das so ziemlich jeder Streamer macht. Mit diesem Prinzip. Dann schreibe ich ihm, ich finde das System eigentlich cool, dadurch passiert mal was durch die Spenden. Und mega geil, dass du mir geantwortet hast, du bist mein Lieblings-YouTuber und ich bin schon seit KuchenTalks 36 dabei. Nur, dass er mittlerweile nicht mehr mein Lieblings-YouTuber ist, sondern nur noch einer meiner Lieblings-YouTuber. Das ist ein ZDF. Das ist ein ZDF. Das ist ein ZDF. Und das ist ein ZDF. Das ist ein ZDF. Ich bin jetzt einfach nur aus der ZDF. Das ist ein ZDF.